Soll ich halten? Jetzt versuchen wir mal in die Mitte zu fahren, dass wir dazwischen durch lang kommen. Du kleine Mutschupu! Numero sowieso. Ihr wisst schon, dass ihr nicht auf der Straße laufen durft. Wo gehört ihr denn hin? Die hat es euch doch voll. Scheiße, die gehen jetzt hier auf Fressen und schieben. Kommt von vorne was. Mist. Tja, euer Bauer ist leider nicht dabei. Das ist ganz vorne. Noch mehr Mutschupu! Sag mal, die haben alle, haben die so einen Hinkefuß, weil sie auf dem Hang? Ja. Die auch. Hangkühe. Da ist nichts, die können ja einfach spazieren gehen. Jetzt müssen wir erst mal hier links drum herum um die Kuh. Die können ja auch nicht laufen, die hinken total. Was das schön ist.